Abbiebel, abbrübel. Oh, geißer. Okay. Vercoolt, er ist auch noch verkoolt. Ja, keine Sorge, ich geb dir ein besseres Ende. Leute? Was sind denn Dinger? So, wir müssen... ...aufbündeln. Ähm. Hallo? 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 Was tun wir? Was passiert hier? Okay. Ähm. Baum. Baum läuft. Baum. Vercoolter Baum. Okay. Okay. Hier passiert ein Ding. Ja! Wir haben auch schon wieder... Wir haben schon wieder auch ein... Wir sind Bombe, oder? Ähm. Du kannst erst mal einen Wundumschlag nehmen. Wie schnell es mir fliegt. ... ... ... Ruuuua. Wie wäre es damit? ... 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 Alle tot? Ne, warte, da hinten sind noch mehr. Äh, das ist doch nicht wahr. Ja. Ja, ich weiß. Ihr wollt unbedingt sterben. Hallo miteinander. Ich erfülle euch auch einen Wunsch. So. Okay. Vorne Stand hat auch eine Radruhe. Ähm. Ich werde aber erst mal hier hinten plündern, bevor wir weitermachen. Ne, meine Süßen? Sonst vergesse ich da gleich wieder langzulaufen. Und dann, äh, bin ich wieder die Gelackmeierte, weißt du? Dann ... ... ... ... Okay, da haben wir die Quest schon mal aktualisiert. Das ist sehr gut. Ähm. Ähm. Wo, wo, wo kommt ihr denn immer alle her? Was ist los mit euch? So, wir müssen erst mal hier hinten aufräumen. Ja, es tut mir leid. Ja, ich weiß. Ja, es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Wir laufen einfach mal hier so durch die Gegend und tun so, als würden wir uns auskennen. Was wir nicht tun. So, da oben ist die Statue, die ich die ganze Zeit im Blick hatte. Aber, weißt du? So, hier. So, da haben wir schon mal eine Statue. Ich weiß nicht, wie viele Statuen tatsächlich hier rumfimmeln. Aber. So, Torex. Hier sind noch mehr Thun. Seite. Da ist noch eine Statue. Ähm. Ach so, ja. Okay. Statue. Oh, Grint läuft doch nicht einfach so darin. Das ist doch... Kind. Die laufen mir gleich bestimmt in irgendeine Fralle rein. Wetten. Hier. Die war schön. Das ist immer sehr interessant. So, hier haben wir... ...einen Huthlotus. Lustig. Okay, ähm. So, da ist noch ein Pfeffer. Hier ist noch ein Pfeffer. Hier ist noch eine Statue. Wollen wir nicht. So, dann haben wir das. Da oben am Zelt war auch noch eine Statue, die wir mitnehmen wollten. Hier ist noch ein Pfeffer. So, ich finde noch ein Pfeffer. So, jetzt fehlt glaube ich nur noch eine Stadt. Da hinten. Und da hinten fehlt. Aber sonst müssten wir eigentlich von der Seite. So, jetzt fehlt glaube ich nur noch eine Stadt, die da hinten ist. drei von acht haben sechs von neun seite gefunden du da die da du hatte mich haben wir jetzt die komplette zeit nehmen damit noch ein so oder müssten aber hier auf der seite die anderen vier sind auf der anderen seite was die letzte seite kann ich doch nicht übersehen haben oder bestimmt wieder ich renne immer an sachen vorbei weil ich hätte dann lust ja immer lust ich wette die die steht letzte truhe wo das drin ist die ist so offensichtlich ich würde die luft verpesten wovon redet ihr denn jetzt schon wieder von katzen pisse euer kleines kätzchen bringt mich zum kotzen höhe gar nicht auf ihn zur nase weist du riechst wundervoll oh mein gott ich fühle das ich fühle das einfach ich fühle beide aussagen würde von augen als auch die von enders will sie beide ja manchmal kann der gestankscheu sonne wenn ganz viel pipi machen hier zum beispiel in die dinge zum kloß wenn die ganze pipi machen dann das stinkt halt zum himmel ansonsten bin ich so an deren felschnüffelung und so dem riechen die einfach die sonne geht mir aus dem weg ich muss hier weg was ist los kann ich euch helfen nein mir kann niemand helfen ich muss einfach nur hier weg wer sind euch her die elfin sie erweckt die bäume zum leben wir haben uns bei den karawanen doch nur leicht verdientes geld erhofft aber bauer steh mir bei sie ist hier ich muss hier weg noch eine plünderin die sich am unglück anderer bereichert nein ihr seid zu gut bewaffnet also seid ihr meinetwegen hier ihr werdet mich nicht aus diesen wäldern vertreiben die schäms konnten es nicht die dunkle brut nicht und auch ihr schafft es nicht warum sollte ich euch vertreiben wollen euresgleichen macht seit monaten jagd auf mich ihr habt meine freunde getötet und die händler haben meine schwester verschleppt die karawanen sind nur der anfang ich will dass er nie zu mir zurück geht sonst sonst gibt es weitere tote richtet ihnen das aus betrachtet es als eine warnung ich hatte ganz vergessen wie temperamentvoll sie ist ich zeige euch warum mag ja so sie sind tot muss halt auch die ganze zeit ausverhalten nach den statuen weil sonst wird es schwierig versuche halt alle quests hier so gut es geht zu erledigen es wird automatisch gespeichert was ist los mit dem was los mit ihr das war jetzt aber nicht net wo wir da jetzt lang gehen will ich noch mal ganz wenn wir hier lang gehen ist okay ich bin dumm ist es nach mittel kommt dumm oder wie war das das hat voll drauf ja es gab mehrere wege die man in normales für euch das schwert das tief in den boden des lagers gerannt wurde es wirkt als wäre es absichtlich hier platziert worden ok reisen diese delish elfen nicht eigentlich im hudel was soll dann dieses winzige lager und hier das sieht nach einem kampf aus aber es gibt keine leichen nur all diese waffen irgendwas stinkt hier kommandantin und das bin nicht ich ja der gleiche meinung bin ich halt auch das ist halt schon sehr verdächtig das sind definitiv kleine steinhügel markieren die gräber die offenbar erst kürzlich genauso wird es geschehen diese friedlichen waffen wurden in einer ecke des lagers angehäuft ok sehr fit wie ihr wünscht ältisches tropen gebet ok es sieht halt schon her verdächtig aus hier kann ich jetzt nichts ab ok dann ist das keine statue von maverath ja es ist halt alles sehr verdächtig hier ne hier wir schauen mal rein hm gehen mal hier lang können wir vielleicht weiter gehen bei diesem ganzen grün zeug fängt mein bart an zu jucken fängt mein bart an zu jucken weil das ist natur das geht gar nicht ja da waren ein paar feinde auf uns ich seh das schon ein paar coolte baumgeister ich weiß nicht ob ich das so cool finde wenn man die so misshandelt aber ich muss den scheiße ausbaden er wollte sich leider nicht so als ja moin Au! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh. Okay. Wo können wir uns mal weiter kommen? Schau mal, da vorne ist eine Statue. Sehr cool. Ja, Statuen mit Inschrift. Fertigst ein Abrieb an. Muss halt die ganzen Statuen finden, ne? Das ist halt mega... Komm, weil ich nicht weiß, wie die überall rumflügeln. Guck mal, hier ist Blut! Oh, okay. Was ist das? Was ist das? Okay, warte, von da sind wir gekommen, wir wollen hier weiter lang. Meine Fresse, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ganze Blut. Keine Blutspur. Erfolgen wir. Ich check es nicht. Upload wieder von 106%. Ja, keine Ahnung. Wer seid ihr? Essen fertig? Ja. Habt ihr die Elfen getötet? Nein. Nein, die dunkle Brut war schneller. Sie haben uns niedergemacht. Unsere Waffen mitgenommen. Und sie ins Elfenlager gebracht. Es war eine List. Für uns. Für die Elfen. Jetzt denkt sie, wir seien es gewesen. Macht vor Hass. Jagt auf alle, während sie zusehen. All diese Menschen sind also nur wegen eines Missverständnisses gestorben? Beim Herr Bauer, das ist grauenhaft. Wir müssen sie aufhalten und ihr sagen, dass sie im Irrtum ist. Denkt ihr, sie ist wieder in ihrem Lager? Wir könnten dort nach ihr suchen. Die Dunklen sind auch an euch interessiert. Sie beobachten euch ebenfalls. Könnt ihr sie spüren? Wisst ihr etwas über die Schwester der Elfin? Schwester? Hab ich eine Schwester? Schwester der Elfin? Nein. Wir haben sie nicht. Vermutlich tot. Oder sie wurde gefressen. Wo ist die dunkle Brut hergekommen? Von unten. Den Seiten. Aus den Schatten. Diese Krankheit wird euch umbringen. Ich bin schon tot. Es gibt keine Hoffnung. Macht, macht dem ein Ende. Bitte. Möge der Erbauer euch gnädig sein. Ja. Okay. Warum lässt du dich nicht in Ruhe? Oh Gott. Ja. Oh, da hinten auch noch mehr. Und dann gehe ich in Pause essen. So, meine Lieben. Ich würde jetzt kurz in Pause gehen. Was essen. Und dann machen wir auch direkt die Speichernummer. Vorsicht. Ich weiß ja nie. Also Leute. Ich bin kurz...